Torge ist der Tor... Hauptsache du darfst wieder anfangen! Natürlich, damit es gar nicht nochmal abkommt. Spring doch mal selber rein. Was ist denn das hier? Ich bin hier einfach im Präsentierter da. Im Präsentierter. Was ist das für eine Runde hier? Weiß ich auch nicht. Das ist die Mobbing-Runde. Johnny steht da ziemlich gefährlich neben so einem Kanister, habe ich gerade festgestellt. Johnny steht vor allem ziemlich gefährlich neben dem Meer. Ich mach einfach mal so... Tschüss Johnny. Der ist aber weit weg geflogen. Johnny macht immer alles sehr... Mit vollem Herzen bei allem dabei. Das finde ich jetzt nicht so lol. Das finde ich jetzt gar nicht lol. Wie sagt man als Gamer so schön? Git-gut. Okay. Ich versuche mal gut zu getten jetzt. Nein, Mehl! Ah, die Verzögerung ist nicht mehr so krass jetzt. Okay, fertig schon. Muss irgendwie eine Sekunde oder so. Mehl! Mehl im Wasser funktioniert nicht, das wird klumpig. So. Das gibt Kleister. Ich hab ja auch noch Backfisch dabei. So, Hallomem. Und Torgix. Torgix. Und Mutti. Bringt das was, wenn ich hier so ein Ding hinstelle? Da ist so ein Kojote da oben. Oder was soll das sein? Ich kann das gar nicht erkennen. Ah, ein Kojote. Mit 200 Dyson, ich kann das gar nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Ich kann allgemein nicht lesen. Oh Mann, Robo-Kanon. Der hat die bloß erfunden. Der hätte mir niemand zeigen sollen. Das ist jetzt mein Lieblings-Ding. Guck einfach mal das Best of. Ich glaube, da verpasst du nix. Oder ich guck das mal in einem der Streams, das äh, ja. Hm. Nein, Chuck Biff. Habe ich jetzt mich selbst umgebracht? Habe ich mich gerade selber umgebracht? Da ist doch gerade einer von mir ins Wasser gefallen. Ich habe einen von mir umgebracht. Ich habe mir mehr Schaden gemacht als dir. Oh Mann. Was soll denn das? Ich glaube, ich habe Torn, der sich rennt. Ich schieße dir nur noch. Ich glaube, wir jetzt auch spielen. Hallo. 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 So ein Applaus, so ein Sitcom-Applaus. Und dann so eine Stimme von mir im Hintergrund. Wer ist das? Ich. So wie bei Two Brock Girls, wenn diese Pole in da reinkam und dieses Jubeln losging und ich immer nicht verstanden habe, wen die da anjubeln. Ähm, Torge jubelt. Ja genau, wirf den mal da rauf. Das hätte mir sehr gefallen. Fies aber auch. Fies aber auch. Nicht Meme. Nicht Meme. Doch Meme. Oh nein. Wow. Ich bin einfach nach unten gebackt. Ja. 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 Nein. Oh. Ich slidete das. Aber ich bin richtig stylisch da rein geslidet. Also das war ein sehr, sehr cinematischer Tod. Ja. Das muss ich dir lassen. So. Jetzt aber, äh, jetzt hört der Spaß aber auf. So. Oh man. Nein, nicht Peter. Nein, nicht Schackpiff. Und Buckfish. Aua. Sind wir jetzt? Ist Buckfish auch gestorben? Nö. Aber 69 Schaden. Nice. Nice. Oh, noch einen. Okay, 70. Aber 69. So, wo muss ich hier hin? Da muss ich hier hin. Kann ich da hin? Bestimmt kann ich da hin. Da hat ihr fehlt mir ja zu dir auch nicht. Äh. Ich bin Stuck. Step Bro. I'm Stuck. Nevermind. Äh. Multi steht verdächtig nah an so einem Kaktus. Tschüss. Tschüss. Netter Junge. Oh nein. Ich seh nichts. Oh ja, ja, komm. Nein. Was nein? Ich hätte den Baseballschläger nehmen sollen. Jetzt. Aber ich wollte es nicht so schnell fertig machen. Legt es alles an mir. Das Problem ist, da ist immer noch so eine Robo und Kanone und es gibt auch noch ein, zwei Minen mehr. Das ist gar nicht gut. Jetzt seh ich nur diese blöde Robo-Kanone nicht. Warte mal, wo ist die? Da hinten ist die. Okay. Dann guck ich mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert, ohne mich zu töten. Die steht da ziemlich nah. Okay, noch hat die mich nicht im Visier. Sag mal, ist die blind oder so? Das wird gehönt. So, das ist gut. Nein, nicht Bockfisch. Das ist sehr, sehr gut. Was mir jetzt allerdings nicht gefällt. Ich kann da jetzt nicht viel gegen tun. Was kann ich denn da jetzt mal gegen tun? Ich kann höchstens den mal machen. Was gebracht? Und warum nicht? Boom. Oh, soll ich krank zum- Oh, ist sieben. Das ist sieben. Oh, Mann. Was mache ich jetzt hier? Was habe ich denn hier schön? Das ist Gasgranate. Oma. Oma, ja. Achso, das Ding, ja. Ist auch ganz witzig. Die konnte man, glaube ich, steuern. Ich weiß das nicht mehr. Das muss ich irgendwann mal wieder ergründen. Guck dir doch mal diese Minen da von Näherem an. Oh, Mann. So nicht. Ich mache einfach mal so. Oh, Gott. Fairerweise muss ich sagen, du solltest nicht so nah daran. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur sie bewegen. Ich kann nur sie bewegen. So, entweder passiert jetzt etwas ganz Krankes und du bringst jetzt uns... Oh, ich konnte sie zünden. Okay. Ach, scheiße. 75 Damage. Oh. Ich glaube, ich habe verloren. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ich sehe jetzt deine blöde Dingsnichter. Das könnte jetzt knapp werden. Okay. Oh. Glück gehabt. Nein. Ach, warum habe ich das getan? Ich bin jetzt noch... Nein, gut. Ich dachte, ich bringe mich jetzt auch noch um. Ich habe dich gewinnen lassen. Ausdrucksweise. Sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Wirklich, wirklich freundlich. Ja. Ja, siehst du. Jetzt muss ich allerdings auch Dinge tun. Deswegen mache ich meinen den hier. Ne. Hä? Den hier. So. Und dann mache ich den hier. Und den hier. Und den hier. So, Freunde. Dann an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auch im nächsten Stream. Also morgen. Ähm. Aber morgen spiele ich dann wieder Ticket. Das ist nämlich schön. Vielleicht auch mit Gast. Also wenn der Foxy Zeit hat. Ich schreibe ihn gleich mal an. Feli schreibe ich auch gleich an. Ich weiß nämlich nicht, wie das morgen aussieht mit dem. Mittwoch ist bei dem immer so ein Sekten-Tag. Ja. Und ansonsten. Äh. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Du stinkst. Hä?